Hallo an allen auch meinerseits. Ich freue mich sehr, hier in Berlin wieder mal zu sein und mit dir auch ein paar nette Gespräche führen können über eure Arbeit. Also die NGG, kannst du uns ein bisschen so erklären, in welcher Branche ihr so aktiv seid, welche ist eure Arbeit da, auch ein bisschen die tägliche Arbeit? Genau, mache ich gerne. Ich hoffe, ihr könnt mich alle gut verstehen. Erstmal danke nochmal für die Einladung. Ich bin sehr gerne zu euch gekommen. Wir sind als NGG eine der acht Mitgliedsgewerkschaften des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Nicht so groß wie die IG Metall, deshalb auch wahrscheinlich immer nicht so bekannt wie die IG Metall. Und wir vertreten Nahrung, Genuss und Gaststätten. Dafür stehen die drei Buchstaben in unserem Kürzel. Das bedeutet ganz konkret, Nahrung hat alles, was quasi die Ernährungsindustrie umfasst. Das bedeutet also von der Mühle über die Bäckerei oder die Brotfabrik bis natürlich auch zu großen Konzernen wie Nestle, wie Coca-Cola oder Unilever beispielsweise. Also die Produkte, die ihr tatsächlich auch tagtäglich im Zweifel im Supermarkt findet. Der Genussbereich ist der Bereich beispielsweise die Brauereien in Deutschland, beispielsweise auch die Tabakverarbeitende Industrie in Deutschland. Und dann gibt es noch den dritten Bereich, das ist das Gastgewerbe, die Gaststätten. Da fassen wir alles drunter, was Restaurants sind, was jetzt auch Lieferdienste angeht und natürlich große Hotels, also größere und kleinere Hotels. Und genau das ist so mal die Aufzählung all der Betriebe, um die wir uns eigentlich kümmern. Ich bin der Bundesjugendsekretär, das heißt also, ich habe einen Großteil meiner Arbeit, die ich damit verbringe, tatsächlich konzeptionell zu überlegen, wie können wir dort Kolleginnen und Kollegen organisieren, wie können wir neue Kolleginnen und Kollegen finden und wie gehen wir auch in bestimmte oder mit bestimmten Problemen halt um. Und dann gibt es die Kolleginnen und Kollegen vor Ort, die quasi die Kernerarbeit machen, die tatsächlich in den Betrieben dann präsent sind und dort Mitgliederwerbung machen, die in die Berufsschulen gehen, auch die Leute darüber aufklären, welche Rechte haben sie in der Ausbildung. Das ist dann der Job derjenigen, die da vor Ort für die NGG arbeiten. Also wenn ich das auch richtig verstehe, ihr arbeitet in so einer Branche, wo sehr große Unternehmer, also transnationale Konzerne da drin sind, aber auch sehr kleine Unternehmer, also bei den Gaststätten, glaube ich, das sind auch so Familienunternehmer. Wie sieht dann die Organisierung von, also auf gewirtschaftlicher Ebene in diese zwei, sagen wir mal, relativ so unterschiedliche Formen der Unternehmen? Genau, also du hast einen wichtigen Punkt schon angesprochen. Wir haben in unserem Organisationsbereich eben unglaublich große Unternehmen, aber auch sehr mittelständisch geprägte oder kleinteilige Unternehmen und für uns als Gewerkschaften gibt es quasi zwei zentrale Hebel. Das eine sind Betriebsräte, die wir in den Unternehmen haben und das andere sind Tarifverträge, die wir abschließen. Das sind die beiden wesentlichen Hebel, über die wir versuchen können, die Interessen der Beschäftigten zu vertreten und die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Und gerade in den großen Unternehmen, wo wir gut organisiert sind, haben wir natürlich die Betriebsräte, die sind auch fit. Das heißt also, sie können dort über ihre Mitwirkungsrechte, die sie in Deutschland ja haben, tatsächlich viel auch regulieren. Und wir haben eben die Bereiche, die eine sehr kleinteilige Struktur haben, da ist es eben häufig so, dass uns genau diese Mittel halt fehlen. Also wo wir versuchen müssen, irgendwie mehr Kolleginnen und Kollegen zu finden, um auch zum Beispiel erfolgreiche Betriebsratsgründungen durchzusetzen, um Tarifverträge durchzusetzen. Da ist die Arbeit viel kleinteiliger und sehr stark davon geprägt, dass wir mit einem bestimmten Thema in ein Unternehmen gehen oder versuchen, die Kolleginnen und Kollegen in einem Betrieb mit einem bestimmten Thema zu unterstützen. Du hast von so bestimmten Themen gesprochen und ich glaube, die verbinden sich auch so mit so spezifischen Kämpfen, die hier wahrscheinlich gerade auch jetzt so führt. Kannst du uns ein paar Beispiele davon nennen? Ja, es gibt ganz, ganz viele Beispiele, die unterscheiden sich tatsächlich auch zwischen den Branchen. Also etwas, was jetzt sehr stark auch diskutiert wird oder auch in der Öffentlichkeit diskutiert wird, ist das Thema Arbeitszeit. Da gibt es natürlich in den Hotel- und Gaststätten oder in der Hotel- und Gaststättenbranche einen sehr großen Leidensdruck, sage ich jetzt mal, weil da irgendwie viele Kolleginnen und Kollegen sind, die dann irgendwie 13-Stunden-Schichten machen müssen und die natürlich sehr, sehr große Angst haben vor dieser Flexibilisierung und Ausweitung des Arbeitszeitgesetzes. Und das ist für die halt ein riesiges Thema. Und dann haben wir aber in den Industriebereichen häufig so Themen von Neubau eines Standortes und damit verbunden halt Digitalisierung, Rationalisierung. Also wir haben jetzt ganz konkret zum Beispiel, wir sitzen ja mit der Hauptverwaltung gegenüber von der Holzenbrauerei in Hamburg. Das ist ein Standort, der wird jetzt geschlossen und wird verlagert vor die Tore von Hamburg und wird natürlich neu aufgebaut. Damit sieht die Brauerei ganz anders aus. Wir brauchen da, oder da werden wahrscheinlich irgendwie dann auch weniger Kolleginnen und Kollegen noch arbeiten können. Und da sind wir zum Beispiel in so einem Kampf, dass wir versuchen, diesen Umzug dieser Brauerei halt so sozialverträglich wie möglich zu gestalten. Da gibt es Möglichkeiten eines Sozialplans, Abfindungen. Aber das sind eben Sachen, die muss man dann auch gegen den Arbeitgeber erkämpfen. Und da gibt es schon seit Wochen Streiks und Verhandlungsrunden. Und ich habe jetzt vorhin gelesen, dass man sich in dieser Brauerei überwiegend in der Urabstimmung für den Streik ausgesprochen hat. Und da war er kämpferisch unterwegs sein will und eben versuchen will, den Arbeitgeber massiv unter Druck zu setzen, dass eben diese Standortverlagerung so sozialverträglich wie möglich ablaufen kann. Also die NGG, also wenigstens ist ein bisschen mein Gefühl, hat sich von, so ist, in der neuen Zeit ist wirklich so ein kämpferischer Gewerkschaft geworden in der letzten Zeit. Ich kenne so alte Funktionäre, die mir immer gesagt haben, wir erkennen, wie die NGG ist, heutzutage fast nicht mehr. Und du arbeitest mit Jugendlichen, also in der Gewerkschaft. Kannst du uns ein bisschen so erzählen von ihnen, wie diese Veränderung sich dargestellt hat und auch vielleicht ein paar Gründe dafür? Also was tatsächlich insofern interessant ist, ist für unseren Organisationsbereich, wir haben glaube ich jede Woche irgendwo in Deutschland vor irgendeinem Betrieb irgendeinen Warnstreik. Also eigentlich sind wir ständig an verschiedenen Stellen am Streiken und das fällt halt dadurch, dass es eher so kleinere, regionalere Aktionen sind, meistens nicht so ins Gewicht, als wenn so eine IG Metall, so eine Metalltarifvertragsrunde hat und dann auch hunderttausende Beschäftigte mobilisieren kann und dann abends in der Tagesschau ist. So, das ist bei uns eben nicht so, weil wir viel kleiner und viel regionaler dort agieren. Für den Bereich, den ich jetzt verantworte, also für die junge NGG, muss man sagen, ein Großteil unserer Arbeit besteht natürlich daraus, an die Berufsschulen zu gehen und überhaupt mit jüngeren Menschen ins Gespräch darüber zu kommen, dass es einen Interessengegensatz gibt. Dass der Arbeitgeber nicht einfach nur aus Nettigkeiten Gehalt zahlt, sondern dass man selber irgendwie für ein Gehalt und Arbeitsbedingungen kämpfen kann. Und da stellen wir schon fest, dass das in den letzten Jahren auch anspruchsvoller geworden ist, dass man sich viel mehr reinhängen muss, um das jungen Leuten tatsächlich auch zu vermitteln. Wir sehen da, dass viele Leute natürlich ohne oder mit wenig gesellschaftspolitischer Bildung dann aus der Schule gehen, häufig zum ersten Mal von Gewerkschaften hören und dass wir auch sehr lange brauchen, um die Leute dann wirklich für uns zu werben. Und das ist, glaube ich, etwas, wo, glaube ich, nicht nur Gewerkschaften zusammen besser werden müssen, sondern auch, wo man gesamtgesellschaftlich als Linke sich überlegen muss, wie kriegen wir es hin, dass wir tatsächlich junge Menschen politisieren und wie kriegen wir es hin, dass junge Menschen auch ihre Arbeitsbedingungen hinterfragen und tatsächlich auch selber sagen, wir wollen dafür kämpfen. Weil nur dann werden wir es schaffen, tatsächlich auch an den Arbeits- und Ausbildungsbedingungen etwas zu verändern. Du hast angesprochen, dass es gibt auch andere Akteure, die irgendwie nah an diese Aufgabe von euch sind. Habt ihr so Kooperationen oder allgemein so, arbeitet ihr auch mit anderen zusammen in diese Richtung? Also wir sind natürlich immer auch auf Unterstützung irgendwie in der Öffentlichkeit angewiesen. Wenn wir jetzt einen Streik haben, dann freuen wir uns natürlich immer auch über Solidarität. Und auch die Kolleginnen und Kollegen, die da dann vor dem Werkstor in Hamburg-Altona stehen, freuen sich natürlich über Leute, die vorbeikommen, die mitstreiken, über Solidarität. Und das ist etwas, wo wir uns natürlich wünschen, wenn das irgendwie noch stärker wird, wenn dann noch mehr Organisationen vielleicht uns in solchen Streikbewegungen unterstützen, wäre das super. Ja, also zusammen mit euch arbeitet auch so die Rosa Luxemburg-Stiftung. Wir haben ein Projekt zusammen, das geht um die internationale Solidarität der Arbeiterinnen bei Coca-Cola. Also ein riesengroßer Konzern, einer der so fast Symbole der Globalisierung. Und ich erinnere mich, als bei euch in der Nähe von Frankfurt einen Warenstreich gab. Dann haben wir Kolleginnen aus Madrid zum Streik gebracht, um genau diese internationale Solidarität zu zeigen. Wirklich auch so praktisch. Und meine Frage wäre, gibt es auch in andere große Betriebe die Anstrebungen in derselbe Richtung zu gehen? Oder gibt es auch schon Netzwerke, in denen ihr so dieselbe Arbeit macht? Also es gibt häufig auch so europäische Netzwerke. Es gibt ja auch europäische Betriebsräte. Die haben an vielen Stellen leider noch nicht die Rechte, die nationale Betriebsräte haben. Das ist auf jeden Fall was, wo wir uns wünschen würden, dass das auch anders wird und wir dort auch quasi standortübergreifend und dann länderübergreifend auch eine Möglichkeit haben, auf so Unternehmenspolitik Einfluss zu nehmen. Und solange wir das noch nicht haben, sind genau solche Sachen, wie du sie beschreibst, so europäische Solidarität, unglaublich wichtig. Und die finden sich in anderen Bereichen auch, so wenn man sich jetzt zum Beispiel die Lieferdienste anschaut, da werden wir jetzt in Köln den nächsten Riders Day haben für die Leute, die in Deutschland für Lieferdienste fahren. Aber da gibt es auch Kontakte nach Großbritannien, nach Wien und da gibt es auch Bestrebungen, das tatsächlich auf europäischer Ebene nochmal mit so einem Netzwerktreffen zu machen. Und das gibt es tatsächlich in vielen Bereichen, solche Netzwerke. Aber letztlich muss man eben sagen, auch wenn diese Netzwerke gut und wichtig sind, wir brauchen eigentlich auch auf europäischer Ebene die Rechte für die Betriebsräte, um tatsächlich auch in den Unternehmen was verändern zu können. Also, um ein bisschen diese so internationale Felde zu bleiben, in eurer Branche sind auch viele Migrantinnen beschäftigt. Wie sieht es in der gewissen, also in der Branchen aus? Welche sind die Branchen, in denen am meisten so die Migranten, Migrantinnen arbeiten? Und welche Formen der Organisation da so möglich sind? Weil wir wissen, dass es nicht immer so einfach ist. Also, grundsätzlich haben wir immer einen Vorteil, wenn wir die Leute in der Berufsschule antreffen. Also, wenn wir in der Berufsschule tatsächlich mit Auszubildenden arbeiten können, die organisieren können, dann merkt man, wenn die im Betrieb bleiben, haben wir da eine Basis, mit der wir arbeiten können. Und jetzt gibt es eben Branchen, die häufig auch migrantische Arbeiterinnen und Arbeiter haben, die aber vor allem auch Aushilfen beschäftigen, also wo es eigentlich auch gar keine Ausbildung mehr so richtig gibt. Das ist zum Beispiel die Fleischbranche bei uns, die sehr stark von so einem Trend geprägt ist. Und da sehen wir einfach, uns fehlt so ein bisschen der Anknüpfungspunkt an die Leute. Da ist zum einen die Sprachbarriere. Teilweise müssen wir mit Materialien arbeiten, die viele Sprachen bedienen müssen, um unsere Informationen rüberzubringen. Wir haben teilweise die Situation, dass da natürlich auch eine hohe Fluktuation herrscht. Sprich, Leute kommen eben auch immer wieder nach. Da gibt es eine hohe Jobrotation. Das heißt also, man fängt häufig wieder von vorne an, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und sie tatsächlich aufzuklären. Und das sind eben auch Bereiche, wo tatsächlich Arbeit abgewertet wird, weil es eben nur Aushilfsjobs sind, weil es Jobs sind, die man irgendwie nebenbei macht und wo keine richtige Facharbeit und keine richtige Ausbildung mehr dahinter steht. Und das macht es uns wahnsinnig schwer, da Anknüpfungspunkte zu finden für die tatsächliche Arbeit. Und das ist auch der Grund, warum wir da häufig auch Probleme haben, die Leute tatsächlich zu organisieren. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Berufsschule ein wichtiger Punkt oder ein wichtiger Moment, um Leute zu gewinnen und zu organisieren. Und durch die Flexibilisierung und die Prekarisierung der Arbeit wird diese Strategie so geschwächt. Und man sieht das besonders in der Arbeit mit Migranten. Für mich dann stellt sich die Frage, ist das so eine Form von die Advangarde, das ist die Zukunft, die auch die meisten Teil der Bevölkerung dann so erwartet? Wie sieht das, dieser Trend? Wie ist eure Einschätzung? Also, wir machen uns um ein paar Branchen halt vor allem Sorgen, weil wir sehen, dass, wie ich das schon gesagt habe, in bestimmten Branchen wird tatsächlich kein Facharbeiterprinzip mehr hochgehalten. Also, in bestimmten Branchen haben wir das Problem, dass ein Großteil der Arbeit durch flexiblere Arbeitsmodelle, Aushilfen und so weiter abgedeckt wird. Man kann das, Hotel- und Gaststättenbranche kann man das auch sehen, da geht die Zahl der Auszubildenden kontinuierlich zurück. Und gleichzeitig gibt es ein ähnliches Niveau an jungen Beschäftigten wie vor zehn Jahren. Das heißt also, dieses Delta, was da entsteht, wird aufgefangen durch Aushilfen, durch Leute, die das neben dem Studium machen, durch Leute, die das vielleicht auch neben der Schule machen als Nebenjob. Und das sind eben Leute, die gar nicht mit dem Verbleib in der Branche so planen. Also, die teilweise planen sie nicht, in dieser Branche zu bleiben. Und damit ist es für uns wahnsinnig schwer, sie anzusprechen, weil sie sagen, okay, ich mache das jetzt, das ist ein Nebenverdienst, aber eigentlich studiere ich auch schon oder eigentlich will ich was ganz anderes machen. Und mir reicht das, was jetzt irgendwie bei dem Job irgendwie bei rumkommt. Und dann gehe ich halt in eine andere Branche, wenn es mir hier nicht mehr gefällt oder wenn ich eigentlich mein Studium abgeschlossen habe und so weiter. Und wir sehen halt, dass das uns irgendwie große Probleme macht, weil wir die Leute nicht mehr in der Berufsschule antreffen, dort nicht mehr für gewerkschaftliche Zusammenhänge interessieren und begeistern können. Und weil wir natürlich auch das Problem haben, dass Leute sagen, ja gut, wenn die Arbeitsbedingungen so schlecht sind, dann suche ich mir halt irgendwo anders einen Aushilfsjob. Also die Bereitschaft dann tatsächlich auch selber aktiv dafür zu werden, um Beschäftigungsbedingungen zu verändern, die ist natürlich bei Leuten, die das nur als Aushilfsjob oder als Nebenjob machen, viel, viel schwieriger. Und das sind eben so Entwicklungen, die uns Sorgen bereiten und die aber auch gesamtgesellschaftlich gesehen ein Problem sind, weil wir im Extremfall dann die Situation haben, dass Leute ihr ganzes Leben lang nur einen Aushilfsjob machen, weil sie nie eine Ausbildung abgeschlossen haben, weil sie deshalb schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben, mit allen Konsequenzen, die es auch hat für spätere Rentenzahlung, soziale Absicherung und so weiter. Und ich würde mir wünschen, dass wir tatsächlich in allen Branchen auch wieder ein Bewusstsein für Facharbeit haben, ein Bewusstsein für Menschen, die das gelernt haben. Und ich glaube, bis dahin ist es noch ein weiter Weg, aber das wäre einer der zentralen Punkte, die ich mir wünschen würde für die Zukunft. Und als du uns das erzählt hast, habe ich mich gefragt, zum Beispiel in anderen europäischen Ländern, so besonders in Südeuropa, wie so Spanien und Italien oder Griechenland, diese Form von prekarisierender Arbeit hat angefangen, würde ich sagen, ein bisschen früher. Und es gab genauso diese Mechanismen, also viele Leute dachten, okay, durch das Studium werde ich dann diese Branche so relativ schnell verlassen. Und dann, besonders nach dem 2008, war es doch nicht so. Gibt es in Deutschland auch so eine Entwicklung oder ist es noch diese Mobilität sicher sozusagen für die Leute? Die Entwicklung gibt es in Deutschland auch. Wenn man sich mal anschaut, wie viele Menschen eines Altersjahrgangs beginnen ein Studium und wie viele Menschen beginnen eine duale Berufsausbildung, wie es bei uns das Modell ist, dann sehen wir, dass sich vor, ich glaube 2007 oder 2006, hatten wir erstmals mehr Studienanfänger als Anfänger in der dualen Berufsausbildung. Und das hat schon natürlich auch was mit einem gesellschaftlichen Trend zu tun, der eben dahin geht, lieber studieren zu gehen und sich damit vermeintlich Karriereperspektiven zu eröffnen. Und da wird dann halt die duale Berufsausbildung so ein bisschen daneben liegen gelassen. Auch weil sicherlich in vielen Bereichen die Ausbildung einfach zu schlecht ist. Das muss man auch dazu sagen. Wir haben auch Bereiche, wo wir sagen, ich kann jeden verstehen, der dort nicht anfangen möchte, seine Ausbildung zu beginnen, weil wir wissen, dass diese Ausbildung einfach schlecht bezahlt ist, mit vielen Überstunden verbunden ist und auch eben tatsächlich kaum Karriereperspektiven eröffnet. Und diesen Trend muss man, glaube ich, wieder umkehren und muss mehr irgendwie das Bewusstsein schaffen, dass die Leute, die in der Ausbildung sind oder die in der Ausbildung absolviert haben, tatsächlich irgendwie Kompetenzen haben. Dass man jetzt nicht sagt, du bist erst ein fertiger, junger Mensch, wenn du studiert hast, sondern die Leute irgendwie auch ernst zu nehmen nach ihrer Ausbildung und das nicht als so etwas zu sehen, man ist da irgendwie nicht fertig oder man ist unterqualifiziert oder so. Das stimmt in vielen, vielen Bereichen gar nicht. Wir müssen irgendwie da hinkommen, zu sagen, das ist der Berufseinstieg. Eine Ausbildung vermittelt die notwendigen Qualifikationen, um ein selbstbestimmtes Leben und ein selbstbestimmtes Arbeitsleben und Erwerbsleben zu haben. Und das muss nicht jeder studieren gehen. Das fehlt mir so ein bisschen in der Debatte. Also du hast viel von diesen Facharbeiter, also Leute, die eine Ausbildung brauchen, um diesen Job zu machen und gleichzeitig der Trend ist genauso umgekehrt. Es geht mehr um Aushilfe. Dann, ich frage mich, ist das so etwas, das irgendwie in einer Form so geplant wurde, von, sagen wir mal, von Arbeitgeberseite, nämlich durch Mechanisierung oder so. Es wird viel von Digitalisierung heute so geredet, Industrie 4.0. Bewusst organisiert wird, um dann diese Möglichkeiten, eine Wurde der Arbeit zu ermöglichen durch eine Ausbildung. Also ich tue mich immer so ein bisschen schwer mit, dass das bewusst organisiert ist. Aber natürlich sehen wir einfach den Renditedruck auch bei großen Unternehmen. Und natürlich drückt der auf Personalkosten durch. Und natürlich steht am Ende des Tages der Wunsch, irgendwie möglichst wenig für Arbeit zu bezahlen. Und das macht natürlich ganz viel mit meiner Personalstruktur. Und klar gehe ich dann eher weg von der Facharbeiterkraft und stelle mir lieber irgendwie ein paar Aushilfen ein, weil die billiger sind. Also dieser Renditedruck großer Unternehmen trägt da irgendwie viel zu bei, dass man Arbeit versucht, möglichst billig einzukaufen. Und wenn ich das möglichst billig einkaufen will, dann fange ich halt als erstes an, Leute ohne formale Qualifikationen einzustellen. Und das ist sicherlich einer der Gründe, warum wir diese Entwicklung sehen. Aber es gibt eben auch so gesellschaftliche Trends, dass eben viel mehr junge Leute sich heute wünschen, ein Studium abzuschließen oder auch von ihren Eltern gesagt bekommen, mach lieber ein Studium, dann hast du bessere Chancen. Da gibt es, glaube ich, mehrere Trends, die sich überlagern und die dazu führen, dass wir die Entwicklung sehen, wie wir sie jetzt auch schon beschrieben haben. Ja, also für mich dann schließe ich diesen Trend zusammen mit dieser Erzählung, die auf europäischer Ebene wenigstens in den letzten Jahren ziemlich stark war. In Deutschland funktioniert alles gut. Es gibt sehr hohe Beschäftigungsrat. Das ist ein Modell für alle anderen in Europa. Das wurde in Frankreich vor einer gewissen Zeit auch tatsächlich so wahrgenommen. Und ich habe so das Gefühl, nach was du mir so erzählt hast, dass eure Branche ist genauso eine von denen, wo die Transformation der Arbeit ziemlich stark war, wo vielleicht mehr Leute beschäftigt werden. Aber welche sind dann die Bedingungen, mit denen sie arbeiten, ob diese Erzählung tatsächlich so stimmt oder dass so widerlegt werden sollte? Naja, ich glaube, die Sachen, die wir jetzt gerade schon diskutiert haben, Arbeit gerät unter Druck, es gibt einen Renditedruck, es gibt einen Druck irgendwie für Arbeit immer weniger zu bezahlen, den gibt es in anderen europäischen Ländern auch, klar. So, ich glaube, wir haben zumindest den Vorteil in Deutschland, dass wir da, wo wir starke Betriebsräte haben, da, wo wir Tarifverträge haben, können wir dem ein bisschen was entgegensetzen. Ja, das funktioniert eben da, wo wir stark sind. Das funktioniert in bestimmten Bereichen eben auch nicht, weil wir dort nicht stark genug sind, um sowas durchzusetzen. Aber ich glaube, es wäre schon auch gut, wenn man auf europäischer Ebene Mitbestimmungsmodelle, das muss dann nicht immer irgendwie das Deutsche sein, das muss jetzt nicht eins zu eins auf Europa oder auf andere europäische Länder ausgerollt werden. Aber ich glaube schon, dass wir als auch gesellschaftliche Linke oder Teil der gesellschaftlichen Linken dafür sorgen müssen, dass in Europa mehr soziale Rechte existieren und dass vor allem mehr Mitbestimmungsrechte in den Unternehmen existieren. Und da kann sicherlich Deutschland ein gutes Beispiel sein, ohne eben zu sagen, dass man 100 Prozent alles genauso machen muss. Das ist sehr interessant, ein positives Beispiel. Aber lass mich vielleicht eine Sache noch sagen. Ich meine, trotzdem man diese Rechte hat, heißt das ja nicht, dass irgendwie alles super funktioniert. Also wir sehen jetzt, es waren Betriebsratswahlen und vielleicht hat es der eine oder andere auch mitbekommen, Nordsee stand da ganz besonders im Fokus, weil sich Nordsee tatsächlich so verhalten hat, dass man versucht hat, Betriebsratsgründungen zu verhindern. Also wir sehen ja auch, dass die Arbeitgeber aktiv versuchen, alles auszunutzen, um zu verhindern, dass es Betriebsräte gibt. Und das ist natürlich, also du hast, eine Dimension ist überhaupt das Recht zu schaffen und dann sehen wir aber, trotzdem wir in Deutschland relativ viele Rechte haben, wir müssen sie halt auch durchsetzen. Wir müssen sie jeden Tag aufs Neue erkämpfen und wir müssen uns auch gegen die Praktiken der Arbeitgeber wehren, wenn sie uns anfangen, diese Rechte zu beschneiden oder eben mit Tricks versuchen zu verhindern, dass Betriebsräte gewählt werden. Und das wird eben, selbst mit mehr europäischen Rechten, wird das eben auch nicht anders sein, man muss dann eben die Rechte auf europäischer Ebene durchsetzen. Ja, ich finde es gut, dass du das auch mehrere Mal so angesprochen hast, diese europäische Dimension, weil es wird auch häufig gesagt, dass besonders vermutlich in gewissen Branchen, wo ihr ja so aktiv seid, dass die Migration, besonders die inner- in europäische Migration, ein großer Druck auf die Lohnen und die Arbeitsbedingungen so ist. Also besser gesagt, durch Migrantinnen, die schlechtere Bedingungen akzeptieren, ist es die allgemeine Lage in Deutschland so schlechter. Erstens wollte ich dir fragen, ob empirisch ihr sowas bestätigen oder widerlegen könntet und ob du da am besten auch so entwickeln kannst, diese Idee, okay, eine gemeinsame europäische Dimension von Kämpfen. Also das ist in einigen Bereichen ist das natürlich so, dass, ja jetzt nehmen wir wieder die Fleischbranche, wir haben einen sehr hohen Anteil von migrantischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und die kommen natürlich mit der Perspektive, dann irgendwie nach Deutschland Geld zu verdienen, das auch irgendwie nur eine begrenzte Zeit zu machen und danach auch wieder zurückzukehren teilweise in ihre Heimatländer. Und das gibt natürlich dem Arbeitgeber die Möglichkeit, Arbeitsplätze nochmal anders zu besetzen, als wenn das Fachkräfteangebot eben nicht da wäre. Und ich glaube halt, was man gerade, wenn man sich jetzt die politische Situation in Deutschland vor Augen führt, was man nicht machen darf, ist, das auf dem Rücken derjenigen auszutragen, die jetzt nach Deutschland kommen und diese Arbeitsplätze einnehmen, also denen die Schuld dafür zu geben, sondern was wir brauchen, sind eben europäische Lösungen und europäische Mindeststandards, um diesen Migrationsdruck oder diesen Druck auf die Arbeitsverhältnisse tatsächlich abzumildern. Ja, vielen Dank. Ich will auch euch die Möglichkeit geben, ein paar Fragen dir zu stellen. Und, also das Mikrofon ist offen und wenn ihr wollt, kann ich eure Frage so wiederholen oder kommt ja so selbst hierher und können wir weiter zusammen diskutieren. Aber vielen Dank erstmal. Ja. Ja, wenn ihr wollt. Sie haben gesagt, man müsse die Ausbildungen mehr höher schätzen. Und da würde ich natürlich theoretisch total mitgehen, aber meine Nichte zum Beispiel, die ist Facharbeiterin für, die ist Bäckerei-Fachverkäuferin. Und das ist halt, die ist auch ein bisschen langsam so und das ist einfach, welcher Backshop möchte, braucht, jetzt mal ganz real, braucht eine ausgebildete Person, die da irgendwie dieses Brot nachfüllt. Und, also das ist zwar gut, wenn die Leute was wissen, also das finde ich immer, aber trotzdem, das ist jetzt für die Perspektive von dieser Arbeit, es ist einfach Augenwischerei, würde ich mal sagen. Das sind dann Leute, die haben eine Ausbildung, mit der man einfach schlichtweg nichts anfangen kann. Und insofern ist es auch, denke ich mal, relativ zu sehen, dieses Schätzen, ne. Und dann ist ja auch noch das Problem, jetzt Studium und duale Ausbildung, dass zum Beispiel diese ganze duale System ja so viel schlechter gestellt ist. Also ein Meisterschüler zum Beispiel, er muss irgendwie zigtausend Euro für diese Meisterschule bezahlen und Kredite aufnehmen, während der Student das alles umsonst kriegt. Also, ja, das, gut, das war jetzt nicht wirklich eine Frage, aber trotzdem, das müsste man einfach nochmal anders reflektieren. Du hast, ich hoffe, ich darf Sie tuzen, du hast ja irgendwie zwei ganz wichtige Sachen angesprochen. Wenn wir über die Frage von Wertschätzung, von beruflicher Bildung reden, dann ist es schwer zu erklären, warum wir, also ich bin so politisch interessiert worden, so im ersten Semester, und da ging es um Studiengebühren. Das ist jetzt, glaube ich, irgendwie elf Jahre her oder so. Und seit elf Jahren gibt es eine große gesellschaftliche Auseinandersetzung um irgendwie Bildungsgebühren. Und das, was wir immer diskutieren, ist Studiengebühren oder neuerdings sind es die Kita-Gebühren. Die Tatsache, dass es auch Leute jetzt nicht im dualen System, aber Ausbildungen gibt, wo du Schulgeld bezahlen musst, die Gesundheitsberufe, die Pflegeberufe, wurde die letzten zehn Jahre, zumindest politisch in der Öffentlichkeit, nicht wirklich diskutiert. Die Tatsache, dass ich für einen Meisterkurs Gebühren bezahlen muss, wurde die letzten zehn Jahre nicht debattiert. Und mir fehlt bei dieser ganzen Gebührendiskussion eben immer das Beispiel berufliche Bildung. Und da wird dann eben auch die Abwertung von beruflicher Bildung relativ schnell erfahrbar. Das ist eben ein Baustein, wo ich sagen würde, wenn wir tatsächlich berufliche Bildung und berufliche Qualifizierung wieder mehr anerkennen wollen, dann wäre das eben ein Beispiel, wo man ansetzen müsste, dass man eben dort die Gebührenfrage nicht vergisst. Sie wird eben bis heute relativ oder immer noch sehr stark vergessen. Der zweite Punkt ist, du hast ja das Beispiel der Bäckerei-Fachverkäuferin angesprochen, die jetzt irgendwie die Brote ins Regal stellt. Und ich glaube, wir müssen uns, glaube ich, so ein bisschen frei davon machen, dass das irgendwie, das ist jetzt der Zustand und das muss für immer so sein. So, ich glaube, dass man auch irgendwie viele Arbeitsschritte in so einem Backshop hat, die tatsächlich auch von beruflicher Bildung abgedeckt sein müssen. Das ist halt die Frage, was auch ein Stück weit, was wollen wir als Konsumenten? Wollen wir jemanden, der jetzt irgendwie uns das Brot über die Theke schiebt und dafür das Geld kassiert? Dann ist das jetzt nicht wahnsinnig umfangreich. Aber wenn man sagt, wir wollen als Gesellschaft schon, dass da jemand ist, der auch was von dem Lebensmittel versteht, von seinem Herstellungsprozess. Wir wollen jemanden, der im Zweifel auch mal eine Nachfrage beantworten kann, was ist denn alles drin in dem Brot? Stichwort Allergene, Zusatzstoffe. Wir wollen jemanden, der auch tatsächlich dort, du hast ja nicht nur Brot in dem Backshop, sondern ganz, ganz viele andere Produkte mittlerweile. Dann sieht man auf einmal, das Feld wird doch schon relativ groß und das muss sich irgendwo in Ausbildung widerspiegeln. Und ich finde, wir müssen uns dafür stark machen, dass da tatsächlich auch sinnstiftende Arbeitsplätze sind, für die man auch eine hohe Qualifikation dann irgendwie braucht, die auch vermittelt wird in der dualen Berufsausbildung und die dann auch entsprechend entlohnt wird. Ich glaube, wir dürfen nicht den Fehler machen, zu sagen, naja, da gibt es Arbeitsplätze, eigentlich braucht man für die keine Ausbildung. Hauptsache, das Brot kostet nicht so viel. Und dann landen wir eben bei genau dieser Diskussion, ja, das kann doch auch jemand machen ohne Ausbildung und der wird dann noch schlechter bezahlt. Ich glaube, mit dieser Argumentation kommen wir quasi immer weiter in diese Spirale rein, dass dort Arbeit abgewertet wird. Wir müssen da, glaube ich, irgendwie viel selbstbewusster rausgehen und sagen, wir wollen eigentlich, dass dort Facharbeit stattfindet und wir sind eben auch bereit, das im Zweifel durch höhere Preise zu bezahlen. Das ist natürlich absolut der Punkt. Es gibt so eine Art Air-Trade-System wie auch Preise-Aspekte. Weil, wenn die Leute einfach einmal die Grütchen nur für sie die Sensor wollen, und manche Leute müssen das ja auch, aber sie halten die Sensor. Aber es ist nicht die beste Reifung, die wir möchten sehen. Ja, gut, zugegebenermaßen bei den Ernährungsprodukten ist das immer ein bisschen schwierig mit dem Export und dem Import von außen, weil wir es ja mit verderblichen Produkten zu tun haben. Aber das ist so ein bisschen die selbe Diskussion, wie wir sie beim Mindestlohn hatten und bei den Friseurinnen und Friseuren. Da hat man dann auch gesagt, naja, aber wenn wir jetzt den Mindestlohn einführen, dann wird irgendwie der Haarschnitt in Sachsen-Anhalt kostet dann irgendwie nicht mehr 9,90 Euro, sondern auf einmal irgendwie 19,90 Euro. Das ist natürlich auch eine Frage, was wollen wir als Gesellschaft für so eine Dienstleistung ausgeben. Und das kann nicht sein, dass wir irgendwie nur sagen, Hauptsache billig und egal, ob das jemand kann oder gelernt hat oder davon gut verdient, wir wollen es halt irgendwie nur billig haben. Es geht schon auch um Qualität und erst wenn wir solche Berufe qualitativ aufwerten und bereit sind, auch mehr für solche Produkte oder Dienstleistungen zu bezahlen, dann werden wir es schaffen, dass Leute auch dort von ihrem Verdienst leben können und auch ein gutes Gehalt haben. Noch eine Frage? Ja, ich kann da ganz gut anschließen, ganz schön laut. Genau, die Frage ist, die ich nochmal zurückgeben würde, was denkt denn die Gewerkschaft dazu? Ist es ein reiner Tarifkampf oder geht es nicht auch darum, was produziert wird, was für Rohstoffe dafür benutzt werden, wie die wiederum produziert werden, wie die Betriebe sind. Die Größe ist es jetzt, klar, wenn wir über einen Bankshop reden, da läuft das natürlich so, wie du es beschrieben hast, aber vielleicht stellen wir uns auch eine Gesellschaft vor, in der Bäckerinnen und Bäcker arbeiten und dann sozusagen das vielleicht auch noch selber verkaufen. Weiß ich nicht, gibt es ja verschiedene Haltungen zu. Und wäre es nicht auch, also du hast jetzt sehr oft an der Tarifebene gesprochen, wäre es nicht auch eine Stärke für die Gewerkschaften, sozusagen Bündnisse dann mit anderen zu schließen, mit den Bäuerinnen und Bauern, mit sozusagen anderen Lebensmittelhandwerkern, irgendwie so, also sozusagen, was ist deine Haltung dazu? Das ist immer sehr wieder zurückgegeben zu uns, aber ich fände es schön, wenn die Gewerkschaft auch eine gesellschaftliche wäre, nicht nur die Linke. Definitiv, aber ich glaube, das ist jetzt der Punkt, an dem ich vielleicht auch für ein bisschen Enttäuschung sorgen muss, weil ich glaube, dass natürlich sind auch Gewerkschaften Teil der gesellschaftlichen Linken, gar keine Frage. Aber natürlich haben, wir sind auch eine Mitgliederorganisation, wir tun etwas für unsere Mitglieder, wir sind ja nicht in dem Sinne eine NGO, die irgendwie was anbietet, was irgendwie jeder in Anspruch nehmen kann. Das Beispiel Rechtsschutz ist zum Beispiel etwas, das wird finanziert aus Mitgliedsbeiträgen und steht dann natürlich nicht jedem zur Verfügung, sondern eben all denjenigen, die Mitglied sind, weil du dann natürlich auch einen Beitrag irgendwie bezahlst, weil wir ansonsten das Angebot nicht aufrechterhalten könnten. Insofern, natürlich sind Gewerkschaften eben Mitgliedsorganisationen, wir sind auch, wir handeln im Interesse unserer Mitglieder und unser schärfstes Schwert sind tatsächlich die Tarifauseinandersetzungen und die Betriebsräte. Und ich glaube, das unterscheidet uns auch von einer NGO. Ich will damit gar nicht das Engagement von NGOs infrage stellen, aber ich glaube, es gibt einfach einen Unterschied zwischen einer Gewerkschaft und einer NGO und ich glaube, dass man sich keinen Gefallen tut, wenn man das quasi einfach nivelliert, diesen Unterschied. Wo du trotzdem recht hast, ist die Tatsache, dass wir, glaube ich, auch neben den Arbeitsbedingungen solche Fragen von globalen Wertschöpfungsketten im Blick haben müssen und uns auch vielleicht stärker als in der Vergangenheit nicht nur irgendwie für die Arbeitsbedingungen in Deutschland interessieren müssen, sondern eben auch die Arbeitsbedingungen von bestimmten Rohstoffen, die unter bestimmten Bedingungen hergestellt werden, vielleicht auch Umweltaspekte, die dort mit reinspielen. Und das ist sicherlich eine Aufgabe von Gewerkschaften, die stärker werden kann. Ich sage nicht, dass die jetzt nicht stattfindet, sondern die findet schon auch statt. Aber unser Fokus sind eben die Arbeits- und Lebensrealitäten von Menschen, die wir vertreten in den Betrieben oder die bei uns Mitglied sind. Und da fällt manchmal eben dieser globale Aspekt ein Stück hinten runter. Das ist so. Und das kann man sicherlich noch stärken, wobei man eben sagen muss, dass das schon auch, das wird schon auch mitgemacht. Also es ist nicht so, dass das nicht passiert. Also auch wir gucken natürlich, es gibt ja mittlerweile für viele Rohstoffe auch Fairtrade-Siegel beziehungsweise Möglichkeiten, auch die Wertschöpfungskette irgendwie nachzuverfolgen. Und natürlich können dann auch Betriebsrätinnen und Betriebsräte in den Betrieben darauf schauen und sagen, woher beziehen wir unsere Rohstoffe. Und wir wollen überhaupt mal wissen, wo die herkommen, unter welchen Bedingungen die produziert und hergestellt werden. Ja, ich finde es sehr interessant, was du gesagt hast, weil du sagst, es ist klar, wir sind eine Mitgliederorganisation und unsere Arbeit ist in erster Linie, um die Interesse unserer Mitglieder so zu schützen. Und ich frage mich, ist es heute noch möglich, diese Interesse zu schützen, ohne diese große Zusammenhänge und auch sozusagen notwendige Schritte und seine, sagen wir mal, tiefe und starke Änderung in der Gesellschaft möglich? Gibt es noch diesen Spielraum einfach in den gegebenen Bedingungen einfach nur für die eigenen Mitglieder oder ist es irgendwie so vorbei? Das ist eine total spannende Frage und ich habe da auch, glaube ich, nicht die letztgültige Antwort, nicht die letztgültige Antwort drauf. Ich glaube, das ist eine Sache, die man irgendwie zusammen diskutieren muss. Ich glaube, was wir sehen, was nicht mehr funktioniert, ist, dass alle möglichen Gruppierungen der gesellschaftlichen Linken für ihr eigenes Interesse irgendwie loslaufen und das alles unverbunden nebeneinander steht. Insofern, glaube ich, müssen uns schon die Frage stellen, wo können wir zusammen was erreichen und wo können wir zusammen dafür sorgen, dass Sachen sich verändern, dass Sachen besser werden. Aber ich glaube, letztlich, in der Welt, in der wir jetzt und hier und heute leben, haben wir die Situation, dass wir vieles an Infrastruktur, was wir aktuell bieten, nicht aufrechterhalten könnten, wenn es eben nicht Leute gäbe, die von unserer Idee überzeugt sind und die bei uns Mitglied sind und die ja einen nicht ganz unerheblichen Teil ihres Einkommens dafür geben. Und ich bin mir nicht sicher, ob man diese Idee eben von heute auf morgen ändern kann, sondern ich glaube für mich, wir sind Stand jetzt irgendwie darauf angewiesen, dass wir eben Leistungen für unsere Mitglieder anbieten können und die im Gegenzug dafür bezahlen. So, man kann darüber diskutieren, ob man sich eine andere Welt irgendwie vorstellen will, in der man irgendwie viel stärker auch zusammen sowas, wie du es beschrieben hast, in den Blick nimmt. Aber Stand jetzt muss man sagen, wir mit unserer Infrastruktur könnten das nicht, wenn es eben nicht Leute gibt, die bei uns Mitglieder sind. Weil das ist ja unbenommen, dass das eine Kernaufgabe der Gewerkschaft ist, Tarifauseinandersetzung. Es mag auch vielleicht mit dem deutschen Tarifrecht zusammenhängen, Streikrecht, dass man sozusagen nur in Tariffragen streiken darf. Aber eine Gewerkschaft könnte ja auch die Frage stellen, wo wollen wir eigentlich hin? Wie wollen wir arbeiten? In was für Betrieben wollen wir arbeiten? Auch wenn natürlich die bei Holzen arbeiten oder bei KAMS oder was auch immer. Ja, sozusagen die Debatte könnte man ja trotzdem starten, ohne dass die Leute dann denken, ja, jetzt habe ich meinen Rechtsschutz nicht mehr, den würden sie ja weiter behalten. Also ich glaube, dann würde man auch in der Basis diese Möglichkeiten zu neuen Bündnissen, zu stärkeren Kämpfen letzten Endes aufmachen. Absolut, bin ich mit dir völlig einer Meinung. Der Witz ist, wir tun das ja. Und wenn man sich jetzt mal die Debatte um Digitalisierung anschaut, die Debatte um Arbeit der Zukunft, dann ist das ja nicht so, dass das nirgendwo diskutiert werden würde, sondern ich glaube, es wird überall diskutiert mit einem jeweils eigenen Fokus. Und alle Diskussionen stehen relativ unverbunden eben nebeneinander. So, wir diskutieren natürlich auch, wie soll die Arbeit der Zukunft aussehen. Und wir haben da natürlich einen sehr konkreten Betriebsblick irgendwie drauf, was passiert dort in unseren Betrieben, wo findet Digitalisierung statt. Und das ist dann halt im Zweifel auch eine sehr kleinteilige Diskussion. Aber ich glaube, ich glaube, das, was du sagst, ist völlig richtig. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir solche großen Themen halt tatsächlich zusammen diskutieren. Und da würde ich überhaupt nicht sagen, dass Gewerkschaften da alles richtig machen. Natürlich können wir uns viel stärker in solchen Diskussionen auch für NGOs öffnen, viel stärker auch für andere Initiativen der Zivilgesellschaft öffnen, um tatsächlich so einen Riesenbereich wie Digitalisierung zu gestalten. Aber wir werden trotzdem nicht umhinkommen, das relativ praktisch und erfahrbar zu machen. Einfach, weil es sich in vielen Bereichen total unterschiedlich äußert. Auch die Debatte, je nachdem, in welche Branche du schaust, ist eine ganz andere. Das ist ein Riesenunterschied, ob ich über Digitalisierung in einem Dienstleistungsbereich oder in einem Industriebereich rede. Da gibt es ganz andere Effekte, ganz andere Mechanismen, ganz andere Fragestellungen, die dann auf einmal relevant werden. Also wir brauchen auch diese etwas kleinteiligere Diskussion, weil wir ja auch versuchen müssen, unseren Mitgliedern ein Stück weit auch Angst vor Digitalisierung zu nehmen. Aber auch, weil wir versuchen müssen, unseren Mitgliedern tatsächlich eine positive Vision zu bieten oder sie eben vor Gefahren zu schützen. Und das geht, glaube ich, nur auf einer sehr kleinteiligen Diskussionsebene und nicht eben nur dadurch, dass man das sehr, sehr abstrakt halt diskutiert. Noch Fragen? Ich weiß auch gar nicht, wie lange wir jetzt schon gemacht haben. Ja, wenn noch keine Frage noch gibt, dann würde ich mich erstmal bei dir, Jan Essig, bedanken und wir werden weiter ja auch so informell ansprechbar sein und ich hoffe, dass wir uns dann im Laufe des Tages hier und des Abends sehen. Alles klar, danke schön. Vielen Dank.